so hallo herzlich willkommen zu meinem nächsten video heute gibt es ein pinkslips um 50.000 coins wie versprochen es ist ein bisschen später ich habe gesagt wenn ich 50.000 abonnenten schafft dann pinkslip ich 50.000 coins wenn ich 100.000 abonnenten schafft pinkslip ich auch 100.000 coins und so weiter ja also hier ist mein team wie er wie der dann weg kommt wie gestern gesagt für perez poppa totti die darin form blablabla als sie gutes team ich habe bis jetzt zwei spiele damit gespielt ein unentschieden das war gestern im video und ich habe eben noch ein spiel gespielt habe ich in der ersten minute noch gewonnen so hier ist der gegner kommt schon er hat nicht so eine gute wertung wie ich aber mal sehen wie gut der wir 82 erwerter um 100 chemie ach du scheiße was ein sweater die barbe im sturm mertens jersey der seit 19 bei 18 meilen spiel herrn alles der rossi vital zu niger rechts war die steiner informe glaube ich ein gutes team gutes weg ist die ich habe angst freistoß hier kommt totti 39 meter für totti ist das nichts weil er das dinge zu übertrieben sein so halbzeit ist es nicht so viel passiert aber in ich spiele besser glaube ich zwei schüsse 2 aufs tor im vergleich zu einem schuss 1 aufs tor 3 und 5 prozent bei besitzen vergleich zu 7 40 prozent bei besitzen spiel ist assi knapp aber ich glaube ich stehe vorne und probiere jetzt was neues einfach ein longshot einfach ein longshot es wird zu neues gewesen es wäre einfach zu schön gewesen komisch und jetzt wir wissen verarschen schiri 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 totti alter bist du verarschen wie hat der im tor nicht Billy oh mein gott rigger ein papa totti totteli ist der boss alzer wie kein rieserem spielle als multi ich weiß egal damit 99er Ronaldo, Stürmer Ronaldo, Pelé kommt, Totti, fickt euch. Totti ist einfach ein König. Oh nein, Freistoß, Freistoße sind viel zu gut in FIFA 15. Nein, 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 nein. Oh, Lurie, ich liebe dich. Lauf nicht, Steiner. Batz, Batz, Vidal, Batz, Batz, Batz. Und haut drauf. Und, ach man, es wäre so schön gewesen. Also wieso steht meine Abwehr so tief? Ich verstehe es nicht, guck es euch an, ich bin auch ausgeglichen. Vieri, komm schon. Vieri. Batz, holy shit, Alter, wo der hinschießt. Ach du scheiße. Oh, zerstört, zerstört. Vieri. Der Typ hat 90 Finishing, ist es sein Ernst? Poppa. Oh mein Gott, es wäre einfach die Krönung gewesen. So, da ist der Sieg, 1 zu 0. Ich bin ungeschlagen in Pink Slips. Vielleicht jetzt bei 100.000 was. Das Spiel war relativ knapp in der zweiten Halbzeit, aber ich habe da ein bisschen mehr dominiert. Totti, der beste Spiel in der Halbzeit-Team, macht das Tor. Danke an meinen Gegner für das Spielen. Äh, yo. Also, morgen kommt dann eine Folge Ronny Informs Weltreise. Danach kommt Pex Glory. Und danach, mal sehen, Leiterspiele oder sowas. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte Daumen hoch und wenn ihr neu seid und weitere Videos sehen wollt oder einfach eine Chance haben wollt, 100k zu gewinnen, wenn ich 100 Abonnenten geschafft habe, dann drückt Abonnieren. Ja, dann bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.